So und jetzt hier das versprochene Video feiner Innschnasch bei Nacht. Was ich erlebe ist, wie im Vorvideo, hier kann ich wieder nichts abholen, weil der Spankstationsding-Bump sagt natürlich nichts vorhanden. Hier haben wir das City-Center. City-Center. Jetzt piept mein Handy auch noch, dass der Akku schwach ist. Wir haben es jetzt 2.33 Uhr. Gilde Pilsner. Oder das Kleine in der Türkei. Oder weiß ich was alles. Bis zum Mitteraner. City-Palast. Fußgänger-Bridge. Apotheker. Brennendienste. Apotheker. Apotheker. Hinten ist ein Currywursthandel. Hinten sind nicht in der Front. Viel Spaß und mehr. Und so durch die Innenstadt fahren, weil nach noch nicht Spaß. Weil kein Arsch hier ist. Da ist schon ein Neu eröffnet. Nach dem Bauarbeiten. Da hinten ab vorne ist Backpactory. Da fahren wir gerade drauf zu. Ein Schibo haben wir hier. Dien Spritz Backpactory. Vielmann. Diverse andere wie Bio Brigitte. Weiß ich was es ist. Schmuckkande. Oder Schmuckkande aus. T-Chill. Kleiderladen. Ein Fischcenter. Schokolade. Apollo Optik. Ihr Platz. Douglas Moos. Noch ein Brenn. Idiot. Brenn Fachmann. Der Phones Shop. Eine Commerzbank. Bierkleidershop. Noch ein Kleidershop. Meine Bank. Die Deutsche Bank. Noch eine Sparkasse mit Immobiliencenter. Der Pinke Riese. Oder Pinke Elefant. Vielleicht ich was. Hier sind auch noch ein paar Stores. Butter. Kirsch. Schmuckkande. Hinten noch auf dem Store. Schmuckkande. Schmuckkande. Weiß gar nicht mehr. Mottenladen. Noch mehr Klappen. Lehn. Lehn, Lehn, Lehn. Lehn, Lehn. Da, 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 Lehn. 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 Lecker Kochleffel. Hunger krieg. Hat aber zu. Blöde. Zapper. Arko. Schmidts. Karlausen. Ein Nachkauf. Oder hier war man. Eine Gaststätte. Gasthaus zum weißen Schwan. Ist das hier. Spiele. Spiele. Dinger. Haben wir hier auch genug. Spiele. Und der Marktplatz. Früher gab es hier ja noch eine Webcam, ich weiß nicht, die gibt es ja wohl nicht mehr. Die stand früher da hinten oben, sieht man vielleicht nicht. Oder da oben, wo es noch ein bisschen läuft, weiß ich nicht. Der Springbrunnen. Da ist der Marktplatz. Hier findet dann meistens auch der Weihnachtsmarkt statt. Ist ja alles vollgestellt. Schöne alte Uhr. Geh aufs Insel, Plan B. Da hinten ist ein Deichmann. Ich fahr zwar jetzt mal lang. Ich finde, ich nehme jetzt den Weg nach Hause. Die Galerie von Malerei. Kreisfolkshochschule. Fahrplätze. Deichmann. Äh, täpisch. Äh. Nämlich das Bettlager, genau. Das war ein kleines Museum. Haben wir hier. Das Kreismuseum. Die viel Geld da. In der Schule. Mit einem riesen, mit einem coolen Teleskop drauf. So weiter gehts. Gerade hat man akubiergepiept. Hat er aufladen, schlopft das nicht weiter. Oder? So. Okay, wir fahren jetzt auch ziemlich nach Hause mit Deutsch. Der kleine Lichtscheinwerfer ist da von mir. Okay, da hinten hatten wir eine Musikstube. Eintritt. Da ist ein Computer da an. Der Rosenclub. Der Puff von Teil Nummer 1. Rechtsanwälter haben wir hier. Kommtruck. Der KVCR-Tanel. Und da hinten ist dann auch die Werkstatt. So. Weiter gehts. Das, wo es erleuchtet. Du weißt, ist der, ist der Median-Club. Ja. Noch ein Puff. Der neueste hier. Mitten bei mir auf der Straße. Geil. So. Schon bin ich wieder nach Hause. Oh, ich hab bei mir zu weit Licht eingelassen. Egal. Und Ende.